Ja, hello lieben, jetzt ist er schon mal der Vater, Beziehungsgott, Entschuldigung, Psychologe und jetzt mal Videoblog rund um die Themen der Themengeziehung und Liebe und wir fangen mal an mit dem klassischen Thema, sollte ich meinen Ex vielleicht nochmal kontaktieren, ich bin mir da irgendwie unsicher, was da so gelaufen ist, also vielleicht hat das doch nur eine Chance, ich mache mir so Vorwürfe und da werde ich auch mal ein bisschen was zur Grundtheorie meiner Arbeit sagen, das kann man jetzt wahrscheinlich auch, weil viel neu wieder dabei sind, als Wunsch, also wir werden mal ein bisschen mehr in die Tiefe gehen, danach, bleibt da unbedingt noch dran, werde ich was sagen, über meine Ausbildung, die jetzt bald wieder starten, also wenn du da noch mehr in die Tiefe gehen willst, sag ich da nochmal ein paar Takte zu und genau, würde ich sagen, fangen wir einfach mal an, hallo Christian, ein unlösbarer Fall, die drei Fragezeichen, Justus, Jonas und Piet, naja, das hat mein Sohn immer gehört früher, ähm, ich habe mich vor rund einem Jahr von meiner, ähm, fünfjährigen meistens ungesunden, wenn nicht toxischen Beziehungen gelöst, habt alle deine passenden Kurse dazu gemacht, no contact, nice geiles Leben aufgebaut, Therapeuten gesucht, etc., pp. Also was hier vor allen Dingen immer, ich habe ja so ein Kurssystem, was mit so Basismodulen losgeht, äh, 0 bis 6, also 0 ist Liebeskummer, da sollte man immer starten, die meisten kommen über Liebeskummer zu meiner Arbeit und, äh, da gibt es ganz genaue, ja, Anweisungen, was ihr machen sollt, dieser Liebeskummer-Kurs ist da wirklich, da sind einfach die wichtigsten Sachen drin und, ähm, ist ein Kurs, den ich auch immer sehr günstig gehalten habe, ich habe jetzt gesehen, teilweise gibt es Liebeskummer-Kurse für wirklich, was das Zehnfache angeht, ey, ich denke mir, Alter, Wahnsinn, ey, vielleicht sind meine Kurse auch viel zu billig, ähm, und, äh, wenn ihr diesen Kurs wirklich völlig sklavisch, committed durchzieht, wird er euren Liebeskummer erheblich, äh, vermindern, man muss nur dieses Commitment dazu haben, ne, und das ist immer so ein bisschen der springende Punkt, also solange ich denke, da ist noch irgendwas zu holen in Vorbeziehungen, oder das ist, äh, oder, da, 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 das ist noch, ähm, toll, oder das ist, da muss ich nochmal ran, dann irgendwie ist das schwierig, da hat man nicht dieses Commitment, also diese Übungen in meinem Liebeskummer-Kurs im Modul 0 sind wirklich darauf trainiert, dass du alle, äh, Bindungen kappst, dass du dieses Nachdenken über den Ex wirklich ausmerzt, meiner Ansicht nach kannst du aus jeder Verliebtheit, äh, dich rauswinnen mit dem entsprechenden Commitment, aber das ist eben nicht immer da, so, ne, dieses Commitment, ähm, aber ich lese das mal weiter vor, da kommen wir nochmal drauf zurück, ähm, trotzdem verspüre ich immer noch den Wunsch, auf meinen Ex zuzugehen, um zu schauen, ob wir nicht doch ein gemeinsames Leben führen können, ich vermisse ihn als Menschen und die positiven Seiten unserer Beziehung sehr, ähm, mir geht das einfach noch nicht gut, nach einem Jahr Trennung, verbunden mit einem zweiten Anlauf wäre für mich die Bedingung einer Paartherapie, also klar, in so einem zweiten Anlauf, wie gesagt, ich weiß es nicht, für mich ist immer ein Riesenunterschied, ist die Beziehung toxisch, gleich liebessüchtig, dann ist wirklich absolut finito für immer, ähm, wenn nicht, und das ist hier irgendwie unklar, ähm, könnte man theoretisch nochmal gucken, wobei ich bin überhaupt kein Freund von Ex-Zurückgeschichten, äh, aber da kommen wir, wie gesagt, gleich nochmal zu, äh, wenn man das doch unbedingt machen wollen würde, wäre da sicherlich eine Paartherapie eine gute Sache, wie gesagt, gleich, ähm, Anschluss an diese E-Mail, äh, sag ich nochmal was zu meinen Ausbildungen, und, ähm, und ein Jahr ist jetzt auch nicht so viel, also wenn du, äh, gerade in diesen hochtoxischen Beziehungen entsteht ja enormer Liebeskummer und das kann, äh, selbst wenn du alles richtig machst, kann das selbst nach einem bis zu 18 Monaten immer wieder auftauchen, so plötzlich, wie aus dem Nichts, ähm, hast du vielleicht eine Woche nicht mehr dran gedacht und plötzlich am achten Tag, äh, hast du wieder zwei Stunden Liebeskummer, ähm, das kann schon sein, also so 18 Monate kann das schon dauern, so, aber was ich auf jeden Fall sehen kann, ist, dass du mindestens eine Übung aus meinem Liebeskummer-Kurs nicht machst, weil sonst würdest du nicht so viel drüber nachdenken, so, ne, was jetzt nicht, äh, es passiert da alles jetzt, äh, nicht schlimm, diese liebesdurch die innere Stimme, die ist enorm stark bei uns, ne, wie ich die immer nenne, ähm, genau, aber ich lese mal weiter vor, ich möchte gern vermeiden, am Ende meines Lebens zurückzuschauen, es zu bereuen, doch nicht nochmals auf ihn zugegangen zu sein, ja, aber vielleicht bereust du auch, das nochmal gemacht zu haben, das kann auch passieren, ne, äh, irgendwas gibt's theoretisch immer zu bereuen, ähm, ob er das dann auch noch möchte auf einem anderen Blatt, bin ich bloß ein unlösbarer, abhängiger Fall, oder kann es doch noch ein Happy End geben, äh, ja, also Liebeskummer, wenn man nicht völlig committed diese Sachen macht, diese Anti-Liebeskummer-Sachen, kann Liebeskummer echt ewig gehen, ne, der kann immer Jahre gehen, ne, also, also ich kenne Leute, die wirklich jahrelang Liebeskummer haben, warum, weil die ihren Ex immer noch auf dem Podest stehen, weil die immer noch ständig drüber nachdenken und weil sie nicht im Nullkontakt sind, so, ne, das sind so die wichtigsten, äh, Sachen, dann kann das wirklich sprichwörtlich ewig gehen, du kannst dir ein ganzes Leben damit versauen, ne, mit, äh, Liebeskummer, und, ähm, warum ist der denn so stark, gerade bei nicht gesunden Beziehungen, das ist so ein bisschen Kern meiner Arbeit, auch mit der Umprogrammierung des Liebeschips, ähm, dass man sagt, ja, vor allem, wenn wir bestimmte Prägungen haben aus der Kindheit, äh, haben wir leider so einen Crush auf ungesunde Beziehungen, ne, äh, warum? Erstmal, weil sie vielleicht so einen Schallgeruch haben, den Schallgeruch der Kindheit, äh, die vielleicht auch schon von ungesunden Beziehungen geprägt war, ähm, und alles, was sie in der Kindheit erlebt haben, kriegt immer so einen Glow irgendwie, egal wie negativ das war, und das suchen wir so unbewusst wieder, und das Zweite ist, äh, das Thema intermittierende Verstärkung, was ist das? Also, wenn du eine Beziehung hast, die abwechselnd hot and cold ist, oder gut und schlecht, äh, und immer wieder Drama-Rama, 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 deswegen gibt's auch meinen Drama-Kurs, läuft auch gerade für diesen Monat, könnt ihr noch einsteigen, überhaupt, heute ist der 16., ne, könnt ihr gerade heute noch einsteigen, ähm, Money-Kurs, Drama-Challenge, Selbstliebe-Challenge, so, auch absolute Basiskurse von mir, ähm, wenn du so ein bisschen Drama-Index bist, äh, dann ist das ein ewiges hoch und runter, und, äh, daraus entsteht natürlich eine Menge Leid, aber auch so ein Gefühl von, oh, hier geht's um was, und, boah, es ist leidenscharf, leidenscharf, hab ich früher auch mal gedacht, und, äh, toll, und wir kämpfen umeinander, und, äh, aber es geht halt, es geht halt nirgendswohin, so, ne, warum hängt man da so dran? Weil Sachen, die mit intermittierender Verstärkung gelernt worden sind, das heißt, mit diesem abwechselnd kriegst du mal, äh, dein Hundeleckerli, und abwechselnd kriegst du dein Hundeleckerli mal nicht, irgendwie, und du weißt das überhaupt nicht, ähm, die verhängen sich viel stärker im Gehirn, so, ne, das berühmte Experiment mit den Wildtieren, äh, sagen wir einfach mal, der hat halber Rehe, da hat man drei Futterboxen aufgestellt, einer gab's immer Futter, an einer gab's nie Futter, an einer Box gibt's völlig unvorhersehbar Futter, wo stehen die meisten Rehe, an der dritten Box, ist es, ich weiß, es geht, es geht dir kopflich rein, aber so ist unser Gehirn, warum, frag mich nicht, ich hab das Gehirn nicht gebaut, äh, so ist unser Gehirn gemacht, so, ne, dass, ähm, ähm, dass du dann, äh, viel mehr festhängst, ne, wenn es so diese, diese, diesen Wechsel gab, so, du bist halt förmlich addicted dazu, ne, deswegen muss man das Ganze wie so eine Art Sucht behandeln, meiner Ansicht nach, ähm, ähm, nehmen wir mal als Beispiel Party-Drogen, ne, nehmen wir mal an, du hast immer viel Party-Drogen genommen, so, und du hörst irgendwann auf damit, äh, dann denkst du natürlich nicht gleich, ach, ist ja super, das war eine gute Entscheidung, sondern dein Gehirn sagt, ach, guck mal, wie schön das war, in Thailand, auf der Full-Moon-Party, Musik, Drogen nehmen, Rumpfvögeln, ach, herrlich, also du denkst dann nur noch an das Gute, vermisst es dann natürlich, und das, alles andere, ähm, wird ausgeblendet, ne, dass du danach sechs Tage depressiv warst, dass, äh, nicht praktisch arbeiten konntest, tausend Probleme hattest, das wird alles ausgeblendet, so, ne, in dieser Entzugsphase, und du denkst, musst du wirklich zwingen, dich immer nur an das, äh, Gute zu, das heißt, das Gute, also an die, das Dopamin zu denken, die schönen Neurotransmitter, die ausgeschüttet wurden, äh, das ist halt schwierig, und so ist das auch, gerade bei schwierigen Beziehungen, äh, dass man da so festhängt, denkt immer wieder drüber nach, natürlich bei die schönen Sachen, und gerade Menschen, die schwierig sind, die sehr schwierig sind in Beziehungen, haben häufig trotzdem die Fähigkeit, wenige besonders schöne Momente zu kreieren, also deswegen ist dieser Vergleich zu Drogen, finde ich sehr gut, irgendwie, ähm, also, jeder, der in toxischen Beziehungen war, denkt an diese fünf Tage, wo, wo irgendwie alles gestimmt hat, ähm, wo deine Bindungsangst nicht angetriggert worden ist, weil der Mensch eh nicht zu haben war, äh, wo aber alles gepasst hat, und ihr habt den ganzen Tag durchgefügelt und, äh, was Tolles gemacht, und das war einfach nur lustig, und ihr habt gelacht, äh, daran denkt man dann, aber nicht an die eine Million anderer Tage, die einfach absolut beschissen waren, wo du dich in deinem Kopfkissen geholt hast, äh, daran denkt man komischerweise nicht mehr, ne, und aus diesem Impuls, den wir eigentlich unterdrücken wollen, auch durch, mit Hilfe von Modul 0, ähm, entstehen dann halt, äh, diese, ähm, ja, diese, diese Gedanken, ich, ich, äh, gehe nochmal zurück, so, jetzt will ich natürlich nicht sagen, dass es in einigermaßen normalen Beziehungen nicht auch vorkommen kann, dass man darüber nachdenkt, äh, geht mal vielleicht wieder zurück, wie gesagt, äh, wenn das so eine richtig, wenn das wirklich eine toxische Beziehung war, auf gar keinen Fall, egal wie sehr du denkst, das wäre eine gute Idee, in toxischen Beziehungen sagt man immer, das ist, als wenn du jemandem eine zweite Kugel gibst, weil dich die erste nicht getroffen hat, so muss, so muss man das eigentlich sehen, so, ne, und du schreibst ja auch, bis der ein bisschen unklar, toxisch gewesen sein könnte, und, äh, dann kann das auch manchmal gefährlich sein, wieder zurückzugehen, ne, kann sein, dass du wirklich so ein Zwischendühörner kriegst, wieder, dass du wieder in so einen Mist reingezogen wirst, dass es dir noch mal so viel mehr schlechter geht als jetzt, das kann eben alles passieren, deswegen ist es nicht so, es macht ja nichts, es kann durchaus was machen, so, ne, ähm, aber manchmal, manchmal brauchen Leute auch einfach eine weitere Runde, manchmal sind sie einfach nicht so weit für permanenten Nullkontakt, brauchen eine weitere Runde, um nochmal so richtig einen in die Fresse zu kriegen, dann daraus dieses Commitment zu entwickeln, ähm, so, jetzt reicht's aber mal wirklich, ne, deswegen kann manchmal auch, ähm, auf eine schräge Art so ein Rückfall, sag ich jetzt mal, ähm, da den Prozess, äh, voranbringen irgendwie, deswegen, trotzdem würde ich die nicht ohne Not kreieren, so Rückfälle, so, ne, das muss man schon sagen, jetzt nehmen wir mal an, es war aber alles gar nicht so eine Stimmebeziehung, selbst dann ist eine zweite Runde, äh, geht, würde ich mal aus meiner Erfahrung sagen, zu 90% schief, warum, weil die gleichen Probleme natürlich wieder auftauchen, so, ne, und oft in kürzester Zeit, so, ähm, und, äh, ja, dann sagst du jetzt, da können wir ja eine Part-Tapie machen, absolut, gut, das wäre, erhöht vielleicht die 10% auf ein bisschen mehr, so, aber, ähm, weil du ja schreibst, ungesund, wenn nicht toxisch, äh, ist das, glaube ich, nicht so ein Szenario, würde ich mal sagen, so. Ja, und gerade wenn man es immer wieder hat, äh, muss man sich wirklich trainieren, ähm, aus diesen liebessüchtigen oder ungesunden Beziehungen sich rauszuwinden, das ist meine Arbeit von den Modulen 1, 2, äh, 3, und so weiter, ähm, und lernen, gesundere Beziehungen zu akzeptieren, ohne Knalle, äh, bindungsängstig zu werden, das ist, darum habe ich drei Bindungsangstkurse, die Module 4, 6 und 9, um diesem Riesenproblem einherzugehen, ähm, weil viele wissen gar nicht, dass sie eigentlich bindungsängstig sind, ne, äh, agieren aber trotzdem aus so einem Pluspol, äh, also leben diese Bindungsangst quasi passiv, indem sie Bindungsängstler daten, so, ne, äh, Pluspol, Minuspol sind für bei mir einfach andere Begriffe für Rollen in der Beziehung, man könnte jetzt sagen, verlustängstig versus bindungsängstig ist es aber nicht nur das, das ist auch teilweise co-abhängig versus egoistisch, also ich habe das alles sehr vereinfacht, aber mal ganz grob geht das so in die Richtung, ähm, deswegen, ja, du bist, äh, unlösbarer Fall, äh, ja, solange du dieses Commitment nicht hast, wie gesagt, ich dachte, den Punkt kann einem auch meiner Ansicht nach kein Berater, kein Kurs kann an dem abnehmen, weil man diese für sich diese Entscheidung trifft, das war es jetzt wirklich und die hast du schon mal noch nicht getroffen, so, ne, und ist okay, das ist der Weg, so, ne, ähm, und ich bin auch persönlich der Meinung, wenn jemand noch, äh, einen Kontaktversuch machen will, kannst du den letzter Konsequenz, kannst du da niemand von abbringen, ne, kannst du niemand von abbringen, weil diese Gedanken, ich könnte ja was verpassen oder ich werde mir das ewig, äh, vorenthalten, ja, die sind natürlich auch sehr kräftig, ähm, also ich aus heutiger Sicht mit wirklich viel Abstand zu meinen toxischen Beziehungen kann mir eigentlich nur noch drüber schmunzeln, weil diese Idee, dass man da in dieser Beziehung irgendwas verpasst, ist für mich aus heutiger Sicht komplett absurd, ist für mich aus komplett absurd, ich kann absolut verstehen, dieser, dieser, dass es da teilweise so einen Hype gab oder dass es da irgendwie so ein, so ein crazy Spaß teilweise entspannend ist, also das kann ich heute noch nachvollziehen irgendwie, ähm, ja, das, also du kannst nicht diesen crazy Spaß haben und gleichzeitig so eine Beziehung führen, ist meine Meinung, ähm, ja, der war da irgendwie, wenige Tage, äh, und ansonsten ist es einfach nur, äh, fucking Chaos und du kriegst ständig einen in die Fresse, so, ne, ähm, von daher diese Idee, da zu was altem zurückzugehen, finde ich, finde ich aus heutiger Sicht komplett absurd, ich, ich bin der Meinung, selbst wenn man sein eigenes Muster fortführen wollen würde, wenn man einem sagt, ich will einfach keine stabile Beziehung führen, leck mich am Arsch mit stabilen Beziehungen, habe ich keinen Bock drauf, ist mir zu langweilig, würde ich es auf jeden Fall mit jemandem Neues probieren, so, ne, äh, dieser Mensch hat seine Chance gehabt, er wird eine Menge Mist gebaut haben und ich würde wirklich, mich wirklich interessieren, ob du diese Übungen, die Modul Null sind, falls du das überhaupt hast, ob du sie wirklich sklavisch gemacht hast, wenn ihr von meinen Kursen profitieren wollt, müsst ihr die wirklich eins zu eins umsetzen, vor allen Dingen diese Basiskurse, da gibt es wirklich keinen, keine Millimeter für, für andere Sachen, irgendwie so, das müsst ihr wirklich genau so machen dann, von daher, aber es, äh, du bist da am Punkt, an dem ganz viele sind, das ist Teil des Weges, dass man an so einem Punkt ist, wo man eben noch nicht dieses absolute Commitment hat, an so, jetzt geht es immer anders weiter und ich war da auch ganz lange und, ähm, ist wie es ist, ne, das ist dann, wenn der Berater immer sagt, wenn du noch eine Runde drehen musst, musst du eben noch eine Runde drehen, also das hat mich damals, äh, mir hat das viel mehr geholfen, nach meinen schlimmen Beziehungen, äh, vor allen Dingen einer, ähm, hat mir das viel mehr geholfen, wenn dann damals mein Coach gesagt hat, ja, du, wenn du noch eine Runde drehen willst, fühlst, go for it, ne, das, äh, wenn du unbedingt nochmal an die Fresse haben willst, wo ich dann dachte, oh Gott, nee, das will ich ja eigentlich gar nicht, es bringt manchmal viel mehr als irgendwie, oh nein, mach's bloß nicht und, äh, und, aber all diese Tipps und Tricks und Kniffe findet ihr auch in meiner Einzelberatungsausbildung, da kommen wir jetzt auch mal zu, ich will einfach auch euch gar nicht jetzt zu sehr mit Details belasten, am 15. November geht meine Einzelberatungsausbildung los, speziell für den Umgang mit toxischen Beziehungen, wenn du es auch lernen möchtest, wenn du das deinem Repertoire hinzufügen möchtest. 15. Februar geht meine Paartherapieausbildung los, hat nichts mit toxischen Beziehungen zu tun, weil ich, äh, nichts halte von Paartherapie über toxische Beziehungen, sondern es ist eine allgemeine Paarberatung, wie du einigermaßen normale Beziehungen, äh, Paarberaten beziehungen kannst, äh, da sind, was mein spezieller Ansatz in der Mischung ist von Standards und Dealbreakern, ähm, dieses Thema Polarität, was im neuen Buch, beim neuen Buch, äh, behandelt wird, ausführlich Feuer und Flamme, ähm, aber auch, äh, der letzte Scheiß, sag ich mal, auf ein Paartherapiemarkt wie die EFT, ähm, fließt dann mit ein, äh, von äh, Sue Johnson, der Ansatz von David Schnark, den ich sehr, sehr schätze, fließt mit ein, und, äh, ja, ich hab da so meinen speziellen Mix draus gemacht, super praktisch, ähm, so geht es Mitte Februar los, beide Ausbildungen sind gedacht auf drei Monate, so, aber da muss man sich schon ein bisschen Zeit investieren, also viele brauchen auch ein Jahr dafür, dann ist es, so kannst du das gut halt, es ist eine Online-Ausbildung, äh, das auch letztlich in deinem Tempo machen kannst, ähm, super praxisnah mit Übungen, mit einer kleinen Prüfung, äh, die, also wirklich, wo es einfach nur umgeht, will einfach gucken, hat sich da jemand wirklich mit beschäftigt, äh, du bekommst auch ein Zertifikat von mir, und, äh, kannst gerne mal googeln, äh, Liebeschip-Coach oder irgendwie sowas, du wirst viele Leute finden, und, ähm, ja, kannst, äh, da auch dran teilnehmen, ähm, ich sehe es ein bisschen so, es ist für eine Basisausbildung, ich gebe mein Wissen weiter, es ist keine Ausbildung, wie führst du überhaupt Gespräche oder sowas, äh, oder, ähm, keine Ahnung, äh, so ein Deep Dive, ähm, die allgemeine Psyche des Menschen oder was weiß ich, deswegen empfehle ich eigentlich immer, äh, also entweder man arbeitet schon in so einem Beratungskontext, dann kannst du einfach mit dazunehmen als ein Modul, wenn du da noch nie irgendwas gemacht hast, empfehle ich immer, das zu kombinieren, aber auch das, äh, rede ich in den Kursen drüber, zum Beispiel mit einem kleinen Heilpraktiker, äh, systemische Coach-Ausbildung, äh, oder, 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 ähm, könnt ihr uns auch gerne fragen, wenn, wenn ihr konkrete Fragen dazu hast, ist das was für mich, äh, und manche machen es auch einfach für sich, ich habe immer wieder einen, wirklich einen erstaunlich hohen Prozentsatz an Leuten, die es für sich machen und ich finde es super, weil die einfach sagen, ich will mich selber verstehen, in der ich werde das definitiv erhöhen, nächstes Jahr, äh, Grundpreis, äh, ist, ähm, muss ich mir gerade überlegen, irgendwie 2300 Euro, glaube ich, pro Ausbildung, aber es gibt sie gerade zum Frühbucherpreis für 1950 und wenn du beide buchst, kriegst du nochmal einen Riesenrabatt, also kannst du beide Ausbildungen buchen zum Frühbucherpreis von 2700 Euro, zeigt mir, wo es sowas gibt, äh, nutzt es, ich versuche wirklich immer faire Preise zu machen, weil ich das einfach, ähm, finde die teilweise super zogen auf dem Coaching- und auch Online-Kurs-Markt, ähm, aber gut, muss jeder selber wissen, wie er das macht, aber, äh, nutzt es, wird euch definitiv, äh, eine ganze Menge weiterbringen und wenn es da noch irgendwie Fragen zu gibt, ähm, wie gesagt, das Misch von, äh, Theorie, ganz viel Übungen, äh, aber auch einfach meinen Tipps aus, äh, ja, über 25 Jahren Praxis, ne, und ich musste mir ganz viel selber erarbeiten, weil es einfach früher einfach nicht viel gab, irgendwie so, ne, wir hatten ja nichts nach dem Krieg, nein, es gab einfach nicht viel Literatur und, ähm, ja, da musste ich wirklich auch meinen ganz eigenen Mix erarbeiten und, ähm, ihr könntet wirklich Ausbildung machen bei jemand, der mehr Paare gesehen hat, als die meisten anderen Psychologen überhaupt jemals in ihrer ganzen Praxis, würde ich mal behaupten, also damit wir jetzt nicht sagen, dass ich, äh, andere machen auch eine super Arbeit, wir nur sagen, ihr guckt da wirklich bei mir auf einen giesigen Erfahrungsschatz zurück. In diesem Sinne, macht die folgenden Kurse, macht die folgenden Ausbildung, Kopf's fucking Buch, wir sehen uns bald wieder, ciao ihr Lieben.